ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind Fizzers und wir wollen euch etwas sagen. Ich habe gerne Pommes frites. Yeah! Ich gehe gerne in Mac. Und zwar wissen es viele von euch noch nicht ganz, aber wir Fizzers haben eigentlich drei Kanäle. Zwar der erste ist die Fizzers auf den Kanal und das Video siehst du gerade auf dem. Ja. Und dann haben wir noch einen zweiten Kanal. Der Gieler Kanal. Ganz actionreiche Videos, die nicht so professionell gefilmt sind, aber immer etwas zum Lachen ist. Ja, einfach so Action. Das sind meine Lieblingsvideos. Natürlich noch ein Gaming Kanal. Ein Gaming Kanal! Wo wir Happy Wheels haben und Minecraft haben. Let's Plays machen. Und geh doch die Abo-Kanal auschecken. Ja, schau ein bisschen drauf. Dort wird noch mehr Action von uns. Und ich würde sagen, Leute! Geht rausgeschwirt! Und habet einen schönen Tag! Tag! Tag, genau! Tag! Tag! Tag!